Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Baumdiagramme und Wahrscheinlichkeiten. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man ein Baumdiagramm zeichnet und wie es beschriftet wird und wie man Wahrscheinlichkeiten aufschreibt. Unser Ziel für dieses Video wird nämlich sein, dass wir die Notation von sogenannten bedingten Wahrscheinlichkeiten kennenlernen, also wie man bedingte Wahrscheinlichkeiten aufschreibt. Bevor wir uns die zugehörige Box auf dem Arbeitsblatt anschauen, werde ich versuchen, dir die Schreibweise mit einem kleinen Beispiel näher zu bringen. Wir stellen uns dazu folgendes vor. Angenommen, wir machen einen Ausflug und haben zwei Möglichkeiten für unser Reiseziel. Ich werde das jetzt hier auch wieder in einem Baumdiagramm aufzeichnen. Angenommen, wir könnten entweder einen Badeausflug zu einem See machen oder einen Wanderausflug ins Gebirge. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit See oder Berg. Sobald wir uns dann für eine Möglichkeit entschieden haben, müssen wir uns noch überlegen, wie wir dorthin kommen. Wir könnten zum Beispiel entweder das Auto oder das Fahrrad nehmen. Das heißt jetzt, wir haben hier die nächste Ebene der Entscheidung jeweils die Wahl zwischen entweder Auto oder Fahrrad. Jetzt werden wir das Ganze mal zunächst in Worten ausschreiben. Du wirst dann später gleich sehen, warum ich das mache. Wir haben also hier ist statt den Bildern See und Berg und hier unten statt den Bildern Auto und Rad. Jetzt schauen wir uns an, wofür die einzelnen Pfade in diesem Baumdiagramm stehen. Wir fangen mal mit dem Fahrrad ganz links an. Der steht ja dafür, dass wir uns für den See entscheiden und dann mit dem Auto dorthin fahren. Das heißt also kurz, wir fahren mit dem Auto zum See oder in anderen Worten, wenn wir uns für den See entschieden haben, dann fahren wir in diesem Fall mit dem Auto. Und dieselbe Überlegung setzen wir jetzt für die restlichen drei Pfade fort. Der nächste Pfad, also der zweite von links, ist einfach der, wenn wir mit dem Rad zum See fahren. Dann der zweite von rechts, also der vorletzte Pfad hier, ist der, wenn wir mit dem Auto zum Berg fahren und der letzte ganz rechts, ist der, wenn wir mit dem Rad zum Berg fahren. In der Mathematik kürzen wir gerne Sachen ab. Deswegen werden wir jetzt hier einfach statt den Worten jeweils nur den Anfangsbuchstaben verwenden. Jetzt fangen wir mal unten an. Das heißt, das Auto wird jetzt zu kurz A und das Rad wird kurz R. Und auch der See wird jetzt kurz zu S und der Berg wird jetzt einfach kurz zu B. Jetzt schaut das Ganze schon ein bisschen mathematischer aus und erinnert uns vielleicht auch an die Schreibweise, die wir von der Wahrscheinlichkeitsrechnung bisher kennengelernt haben. Wir haben also hier, wie gesagt, nochmal die Pfade, dass wir mit dem Auto zum See fahren. Also Auto, wenn See. Nur jetzt in Kurzform notiert. Und diese Überlegung, die merken wir uns jetzt. Und jetzt schauen wir uns das Kästchen auf dem Arbeitsblatt an. Wir sind jetzt hier bei den vier Arbeitsblättern auf Seite 3 und bei der Box 8. Ich habe hier markiert, wo du sie findest. Und wir schauen uns jetzt näher an, was in dieser Box drin steht. Wir haben auch hier wieder ein Baumdiagramm. Und diesmal mit zwei Ereignissen in der oberen Stufe, also hier A oder B. Und dann in der unteren jeweils wieder zwei Ereignismöglichkeiten C oder D. Wir kennen bereits die Vorgehensweise, wenn wir zwei Möglichkeiten haben. Wir können da bei dem Baumdiagramm auch bei den Stufen dazuschreiben, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Ereignisse eintreten. Wenn wir jetzt hier die Wahrscheinlichkeiten kennen würden, dann könnten wir einen Prozentsatz oder eine Dezimalzahl oder einen Bruch hinschreiben. Aber wir schreiben jetzt hier einfach allgemein die Wahrscheinlichkeit für A und die Wahrscheinlichkeit für B. Jetzt, wenn wir eine Stufe weiter nach unten gehen, dann kommen wir zu den sogenannten bedingten Wahrscheinlichkeiten. Diese heißen deswegen bedingt, weil sie an eine Bedingung geknüpft sind. Wenn wir eine von diesen Möglichkeiten hier haben, dann sind die an die Bedingung geknüpft, dass vorher die Auswahlmöglichkeit im Baumdiagramm eingetreten ist. Also hier die unteren Stufen und diese Pfade hier unten, diese Verzweigungen geht es jetzt. Und die Bedingung, um die es geht, das sind die Ereignisse, die in der oberen Stufe eintreten. Jetzt ist die Frage, welchen Einfluss hat das auf die Wahrscheinlichkeit für den weiteren Verlauf? Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis ganz am Ende eines Pfades eintritt, wenn davor auch die Ereignisse auf dem Weg dorthin eingetreten sind? Und wenn wir das für diesen Pfad anschauen, also die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis C eintritt, wenn bereits A eingetreten ist, dann haben wir den Pfad C, wenn A. Genauso wie bei der Überlegung mit unseren Reisezielen vorher. Und wie wir das jetzt notieren, das funktioniert genauso wie die bisherige Wahrscheinlichkeitsnotation. Wir geben jetzt einfach hier in die Klammer bei dem P diese Schreibweise hinein. Das heißt, wir schreiben jetzt hier die Wahrscheinlichkeit für C, wenn A. Das ist eben hier dieser große Trennstrich. Und das war auch schon der ganze Zauber. Jetzt bist du gefragt. Pausiere kurz das Video und versuche selbstständig das Baumdiagramm zu ergänzen, also hier jetzt die restlichen Beschriftungen einzufügen. Die Auflösung gibt es gleich danach. Gut, ich hoffe, du hast deine Lösungen notiert. Wenn du gut aufgepasst hast, dann dürfte das jetzt relativ leicht für dich gewesen sein. Wir schauen uns den nächsten Pfad an. Hier geht es jetzt um das Ereignis D, wenn A eingetreten ist. Also wir suchen die Wahrscheinlichkeit für D, wenn A. Und hier suchen wir die Wahrscheinlichkeit für C, wenn B. Und hier drüben, der rechte Pfad, die Wahrscheinlichkeit für D, wenn B. Und das war es auch schon. Im nächsten Video werden wir dazu ein Beispiel rechnen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.